Was geht ab, liebe Leute? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen herrlichen Low Carb Burger machen könnt. Auf geht's! Als erstes braucht ihr einen oder mehrere Paprikas. Die Farbe könnt ihr euch aussuchen. Nehmt am besten den, der euch am besten schmeckt. Die Paprikas halbiert ihr einfach, schneidet den Strung heraus und entkehren sie. Jetzt nehmt ihr pro Paprika ca. 100 Gramm mageres Faschiertes. Gebt ein Ei dazu, würzt es mit Salz und Pfeffer und verrührt das Ganze. Wenn ihr das habt, formt eure Bettis und bratet sie dann scharf an. Jetzt gebt ihr auf die Bettis noch Zwiebel und Käse drauf. Und lasst den Käse schmelzen. Als nächstes macht ihr euch pro Patty noch ein Spiegerei. beingh algunge- isch gemacht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Alles im Gl ballistic. Für eure Soße nehmt ihr einfach einen Löffel Skür und einen Löffel Light Ketchup und verrührt das Ganze. Den unteren Teil des Paprikas schneidet ihr am besten gerade ab, damit er am Ende besser steht. Wenn ihr das habt, könnt ihr euren Burger schon zusammenstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Perfekt für eure Diät. Wahnsinn. Unser Low Carb Paprika Burger hat 378 Kalorien, 21 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate und fast 38 Gramm Eiweiß. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis dahin, viel Erfolg beim Nachmachen. Tschau.